Ich sag's ganz ehrlich, Mod zu sein ist cool, aber so zusätzlich ist auch cool. Ja, das ist es halt. Man geht eine gewisse Verpflichtung ein, ganz klar. Wobei ich natürlich niemand zu irgendwas zwinge. Das heißt, wer sagt, okay, ich will kein Mod sein, der wird natürlich auch wieder antwortet. Das ist ganz klar. Dragon, darf... ähm... Dragon, dann mach ich ein Spiel über dich und dann darf ich... Darf ich der Stream-Spielentwickler sein? Hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Ich glaube nicht ganz. Da müsstest du schon ein paar Spiele machen und die immer wieder regelmäßig posten. Äh, eine Wache in der Macht bedürmt... ja, ganz schlecht, aber es muss da raus. Bei so einer schönen Vorlage. Gut, äh, schön. Dann gehen wir natürlich weiter. Jetzt schauen wir erstmal bei der Niedrig-Questarex nochmal nach. Ach, vielleicht hat die ja nochmal was für uns. Nein, hat sie immer noch nicht. Was ist das denn? Aber da muss jetzt bloß noch eine Quest sein oder so. Naja. Ein Bild von der Mod-Armee neben Dragon und dem Imperium im Hintergrund. Jetzt bekommt sie ja noch Aufträge, meine Güte. Kaum festes Mitglied im Imperium, schon bekommt sie hier die ersten Aufträge zugeschickt. Ha, 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 ha. Ah, schön. So, nächste Quest. Rodelangriff. Jage zwei Großjaggie. Jetzt geht's aber los. Wow, Spiel. Mach mir keine Angst. Zwei Großjaggie, die armen Viecher. Sie tun mir jetzt schon leid. Aber es geht auf jeden Fall voran. Ah, ich freue mich gerade eben, dass wir jetzt schon High-Ranks sind. Das macht nämlich einige Sachen ein bisschen einfacher. So, oh Gott, die ganzen Sonics hier. Hat sich jeder dieses DLC runtergeladen. Dann habe ich gerade ein paar Probleme, es hochzuladen. Muss eben was holen. Okay. Naja, der Kampf war schon problematisch gegen das Vieh. Und jetzt, was das hochladen, natürlich auch nochmal ein Kampf. Das wäre, wäre ansonsten zu einfach. Ah, schön. Schön. Muss auf, bye bye. Okay, danke, dass du bei Waschkoks kennt. Wünsche noch einen schönen Abend. Darf man nur High-Rank-Rüstung und Waffen benutzen? Ja, darf man. Kein G. Also du darfst auch Slow benutzen, wobei es langsam schwierig wird. Aber, wie gesagt, kein G. Alter, jetzt kommen die krassen Dinge. Leute, jetzt heißt es G-Equip, genau. First Big Monster. Wenn man das so nennen kann. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Meine Männer wurden vom Kurzen von Jaggi erwischt. Sie wurden fast umgebracht. Echt jetzt? Deine Männer wurden von Jaggi umgebracht. Und jetzt schickst du vier Jäger los gegen zwei Groß-Jaggi. Meine Güte, das ist ja schon peinlich, ne? Also mir wäre das peinlich, wenn ich gegen Groß-Jaggi Jäger schicken müsste. Ja, ich komme schon. So, wieder da. Okay. Zeit ist Kunst. Cool, ich kann dann auch mit wenigstens einer Herausforderung. Ja, das dachte ich mir halt. Ist halt auch angenehmer als alles mit G-Equip kurz durchzukloppen. Das ist halt dann irgendwo Blödsinn. Dann werde ich modd, weil ich die schnellsten Finger habe, was? Die Armee der sieben Zwerge wurde von zwei Groß-Jaggis hier gemexelt. So kommt es mir fast vor. Oh, cool. Stefan hat das Hyrule Shield. Coole Sache. Ne, ich meine, der Groß-Jaggi ist eigentlich immer das erste große Vieh. Deswegen Hashtag First-Block-Monster. Das ist wahr, stimmt. Der wurde ja wirklich als, ja, erstes großes Monster eingeführt. Ja, da hast du recht. Ein Mini-Devil-Jaw ist größer als ein riesengroß-Jaggi. Äh, ja doch. Einfach nur traurig. Das würde ich jetzt ganz gerne mal im Vergleich sehen. Ah, schön. Ich stelle es mir gerade eben so schön bildlich vor. Ja. Welche 3DS hast du? Habe ich da nicht letztes Mal schon noch drauf geantwortet mit dem Weißen? Kommt mir mir gerade so bekannt vor. Ich habe aber ganz normal einen Standard-3DS. Aber vielleicht bald ein, ähm... Oh, Rudi, okay. Äh, vielleicht bald ein, ähm... New 3DS. Schauen wir mal. Hallöchen Bubble. Schön, dass du dabei bist. Jetzt sind ja... Wow, unsere... Dings hier vollzählig. Wunderbar. Schön ein bisschen der Legend of Zelda-Feeling hier. Ja, genau. Es gibt da eine Event-Quest mit beiden in der Arena. Oh Gott, die muss ich haben. Die muss ich so unbedingt machen. Oh, ich freue mich jetzt schon auf diese Quest. Merkwürdig. Der Großjagd ist noch nicht tot. Ja, gut. Das ist jetzt High-Rank, aber... Naja. Irgendwie war es schon ein bisschen komisch. Wir haben uns nicht darauf konzentriert. So. Wo ist denn der Nächste? Kommen die nicht gleichzeitig? Fertig? Blobboxes Neu-Imperiale-Beauftragte-Verkunst. Hahaha. Genau. Der Auftragte-Verkunst. Das finde ich eine schöne Bezeichnung. Hahaha. Ich habe einen weißen. Bester Satz. Wie gesagt, wer dumm fragt, der bekommt auch eine dumme Antwort. Den kann man mounten? Ernsthaft? Ja, natürlich. Man kann jedes Vieh mounten. Hier, ich mount ihn auch gleich. Ich mounten nicht, weil ich... Okay, ich mounte ihn. Hashtag Yagi-Mountain. Ich hoffe, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich glaube mal nicht dran, dass du uns überhaupt enttäuschen kannst, Blobbox. Nach dem letzten Stream denke ich nicht. So. Hauen wir nochmal kurz ein Großjaggi um und dann schauen wir uns vielleicht das nächste Meisterwerk an. Bin sehr gespannt. Man kann alle groß mounten. Ja, genau. Der ging jetzt irgendwie ein bisschen schneller, aber vielleicht auch bloß mal, weil ich meinen Dämonen-Modus aktiviert habe. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es nur an mir lag, dass ich das Monster umgekommen wurde habe. Okay, dann mache ich dann das Spiel für den Imperator. Also bitte, das ist nur noch ein Großjaggi und kein normaler. Entschuldigung. Bei so einer Großschlange hätte ich ja auch Angst. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wo öffnet sich das denn jetzt überhaupt? Das sollte er sich eigentlich hier öffnen. Ja. Nope. Er hat die Katze so, äh, was mache ich hier oben? Aber coole Rüstung. Was ist denn das für eine Rüstung? Mit den Hörnern? Hat er irgendwie was? Und das Insekt ganz heldenhaft. Sehr schön. Ihr habt ein Großjaggi-Plus geschafft. Sogar zwei. Stellt euch das mal vor. Und bekommen dafür sogar Vorbegewirbelnsteine. Das ist ja, äh, jo. Nett, ne? Und Königsrüschen. Also. Okay, Bubble. Danke, dass du dabei warst. Man sieht sich. Das mache ich jetzt immer so. Lass das Konsekt die Arbeit machen. Wenn du so genügend Zeit hast, dann geht das. G-Rank-Yugly gibt es gar nicht, oder? Oh, echt? Das wäre, wäre traurig. Weil im G-Rank geht auch immer so ab. Dann bist du doch immer auf Drogen. Schade. Na gut. Niedrig, Questarix. Gib mir endlich meine letzte Quest. Du. 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 Keine Ahnung. Hallöchen. Äh. Ja doch, genau. Hallöchen. King1234-Kong. Schön, dass du dabei bist. So, dann machen wir halt die hier, die nächste. Das ist der Kircher Wache-Helm. Ah, ja. Sieht cool aus, wie gesagt, mit diesen beiden. Ach, dann sind es wahrscheinlich Ohren, nicht die Hörner. Wie gesagt, hat was. Äh, was? Ich bin ja gerade falsch, deswegen. Ich sagte gerade, hä, wann haben wir denn diese Quests gemacht? Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir so viele Quests gemacht haben. Selters Romanze. Uh. Jetzt wird's, äh. Ne, jetzt geht's hier auch noch auf die Insektenliebe zu. Äh, jo, zwei Selters. Da bin ich eigentlich auch relativ, na, da bin ich nicht richtig. Mach einfach die Erntetouren. Genau, ich gehe jetzt eine Stunde lang Erntetouren farmen. Hahaha. Die Leute würden mich hassen. Ah. So, zack und zack. Hashtag tot im Selters. Aber wir können ihm doch nicht seine Romanze versauen. Das geht doch nicht. Deswegen müssen wir den anderen auch töten. Das ist, das ist gut. Dann sind sie romantisch gestorben. Hat dann so ein bisschen Romeo und Julia oder Titanic-Feeling. Passt also. Wie gesagt, das ist irgendwie auch so ein schönes Motto hier im, äh, hier im Chat. Tot im Selters. Wieso habe ich normal Essstufe 30 dabei? Und wie viel davon, wieso davon 30 Stück? Hm. Ich weiß es nicht, aber ich packe es einfach mal ein. Kann nicht schaden. Okay. 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 Jetzt kommen die allerschlimmsten Monster. Ja, genau. Drang, es gibt so eine, äh, spezial japanischen Hack-Download-Quest mit einem Yagi, der so groß ist wie ein Darin Moran. Das ist merkwürdig. Sind Selters nicht männlich? Ich weiß es nicht. Go, 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 yo. Lies die Beschreibung, die Romanze gehört mir anders. Das dachte ich mir fast schon, aber, ja, ist, ist irgendwie so witziger. Das aktuelle Lieblingsthema der Damen hier sind zwei Seltas, die um ein Weibchen kämpfen. Als ob das was Neues wäre. Männer kämpfen schon immer um Frauen. Ah, ja, das heißt, sie sind tatsächlich Männchen und kämpfen um eine Königin, aber nimmt sich die Königin nicht eh, wen sie haben will. Äh, okay, alle Leute ziehen irgendwo anders hin. Aber wie gesagt, Freitag wird gearbeitet, aber bloß kein Stream. Nur so ein Sonnen-Denken. What is love? Baby, don't hurt me. Hahaha. Schön. Ähm. Was? Freitag bloß kein Stream? Ich glaube, diese Woche wird eh kein Stream kommen. Aber bloß, weil ich ja, wer mein Infovideo noch nicht gesehen hat, ich bin, äh, Sonntag unterwegs. Also für die Leute auf YouTube jetzt natürlich nicht den Sonntag, wo ihr seht, sondern ich war dann schon unterwegs. Aber für den, äh, Live-Chat jetzt natürlich. Und deswegen, wenn dann maximal am Freitag, aber eher kein, kein Stream. Schauen wir mal. Ich stelle mir gerade bildlich zwei Seltas, zwei Seltas auf einem Schiff vor. Hahaha. Ein Seltas liegt zwar auf einer schwimmenden Tür, der andere hält sich gerade noch so mit einem Bein fest. Hahaha. Oh, schön, schön. Also Freitags-Streams wären noch was. Dienstag und Samstag sind schon gute Tage. Hahaha. Ah, herrlich. Normale Stufe 30 haben will? Ja, dann hol sie dir. Oh, ich bin drauf. Ja, ich bin weg. Und ich hab dich schon runtergeschubst. Ups, Entschuldigung. Okay, ein Seltas noch übrig. Was? Dragon und kein Stream am Samstag, äh, am Wochenende? Das ist mal was anderes. Hahaha. Ja, wie gesagt, eigentlich ist es ja alle drei bis vier Wochen, aber... Naja. Gerade eben läuft's irgendwie ein bisschen. Okay, ich hau ab. Danke, dass du dabei warst, Monster, Hadi. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Das hat sich merkwürdig hinter mir angehört, aber es war wahrscheinlich bloß irgendwie eine Waffe, die aufgeladen wurde. Ah, jetzt war das kein Sekt. Okay. Neue Aufgabe 2. Selters wie in Titanic. Hahaha. Die arme Blobfox. Hahaha. Hahaha. Ähm. Ja, wäre etwas doof, da ich Freitag streame. Nein, Dragon, zu putzig. Wie gesagt, leider ist es viel zu weit weg. Ich hätte niemanden, der mitkommt. Ja, klar, kein Ding. Ah, du streamst Freitags? Interessant. Vielleicht schau ich da mal vorbei. Ich schau auf dem Handy und höre und sehe nichts. Das ist, äh, gut. Hahaha. Habe ich gehört? Mach ich, mach ich mit dem Selters. Ich muss mir noch alles aufschreiben. Wie gesagt, du Arme. Hahaha. Hahaha. Voll zugehauen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Sachen. So. Wo ist denn jetzt der zweite Selters überhaupt? Wo hat denn der sich versteckt? Kein Bock mehr zu kämpfen, oder was? Auf Piccato. Ah, das ist doch so eine extra Streaming-Seite für, äh, ja, für Zeichner, theoretisch. Oder für Künstler. Na, wie gesagt, wenn ich Zeit habe, schaue ich mal vorbei. Ist natürlich auch gerne jeder eingeladen, sage ich jetzt einfach mal so. Da einfach mal bei Blockfox, äh, Blockfox vorbeizuschauen. Hm, hm. Mod-Status muss ja wohl irgendwo herkommen. Als, äh, als Propaganda-Spezialist in der Garde. Genau. Bubble ist für die Werbung zuständig. Darth Plagueis macht, äh, Propaganda. Hahaha. Server-Slide ist einfach nur Mod. Hahaha. Und ja, Blockfox ist jetzt unsere Zeichnerin. Haben wir doch schon alles. Äh, warte, wo seid ihr? Ach, da. Wie ist der da hingekommen? Da frage ich mich jetzt gerade. So, zack. Und drauf. Wow. Der zweite Selter sucht die Königin und möchte sagen, er hat gewonnen. Hahaha. Das wäre aber lame. Hahaha. Ich habe gewonnen. Und wie war der Kampf? Ach, so ein paar Jäger haben sich um den anderen gekümmert. Hahaha. Hahaha. Nicht schlecht. Vielleicht schaue ich mal vorbei. Nein, das ist kein Verrat Imperium. Natürlich nicht. Das Imperium unterstützt. Ja, ich kann heute echt nicht reden. Das ist echt furchtbar. Ähm. Ja, genau. Das ist kein Verrat an der, am Imperium. Wow. Ich bin gerade echt ein bisschen brain-offkar. Meine Güte. Ist natürlich kein Verrat am Imperium, weil sie zum Imperium dazugehört und das Imperium unterstützt sich natürlich gegenseitig. Ich meinte eigentlich, dass Blobfox die Propaganda macht. Ich bin die Garden Stasi. Ja, gut. Das geht auch. Stimmt so. Propaganda. Ja, doch. Propaganda Bilder. Das geht. Das geht. Hahaha. Nur Mod. Hahaha. So sollte es doch nicht sein. Ah, Mann, Leute. Ich meinte doch nicht nur Mod. Hahaha. Metroid Spezialist. Für alle Fälle einsatzbereit. Du bist auf jeden Fall dafür zuständig, dass, ja, dass hier die Zustände nicht ausarten. So muss man sagen. Das wollte ich damit sagen. Ähm. Achso, sollte eigentlich eine Überraschung werden. Dann hättest du natürlich nicht im Stream ankündigen sollen. Aber dann darf ich natürlich vor allem nicht vorbeischauen. Hahaha. Das war dann natürlich ein bisschen, äh, ja. Äh. Ein bisschen, ein bisschen doof. Hashtag Lamulana-Fan. Reicht das für den Mod-Status? Ne, wenn Seraslight nur Mod ist, dann. Hahaha. Oh, Mann. Oh, Mann. Reicht aber nicht ganz. Ähm. Was ist mit deinem Hirndragon? Äh, Arbeit nennt man das. Hahaha. Zermatert einem so ein bisschen das Hirn. Äh. Neustarten? Ach, nee. Ist doch witzig. Hat wer einen Tipp? Pogskind hört mich ja wahrscheinlich nicht. Deswegen, äh, bringt das nichts. So, niedrig-Quest. Derrick zurück. Endlich mit deiner letzten... Vielleicht hat sie auch gar keine Quests mehr. Vielleicht sind das die letzten beiden Quests. Das kann natürlich auch sein. Na, muss ich mal machen. Das Bild meine ich nicht, dass es eins kommt. Ich regle das schon, wer weiß. Äh, ja, klar. Logisch, das Dings. Das Fanart. Ähm. Ja, wie gesagt. Du hättest nicht dazu aufrufen sollen, theoretisch, dass die Leute vorbeikommen, wenn, äh, wenn du ihr ein Geheimnis daraus machen wolltest. Das meinte ich eigentlich. Heh, schade. Ist mit Dingen beschäftigt, die sich deine Vorstellungskraft entzielen, imperiale Bürger. Hahaha. Äh, so. Kircher Wacher. Zwei. Gehen wir mal auch noch schnell. Achso, ja, genau. Dazu. Hahaha. Und. Ja, dann machen wir einfach weiter. Aber interessant, dass jetzt gerade die ganze Zeit bloß Doppelquests kommen. Das ist irgendwie, hab ich so auch noch nicht gesehen bisher. Dass dann wirklich theoretisch im kompletten Highrank dann, naja, zumindest Anfang Highrank, äh, wirklich alles doppelt ist. So, hab mir jetzt extra ein Highrank-Set gebaut. Das ist natürlich, äh, nett von dir. Ähm. Der Imperator ist ein vielbeschäftiger, Mann. Ja, so ist das. Äh. Ja, ich meinte eigentlich bei dir, Dragon. Aber du kannst entscheiden, ob du die Entstehung sehen magst oder nicht. Ich glaub dann eher nicht. Wenn ich jetzt weiß, dass es, äh, um das Fanart geht, dann nicht. Ich will mich da komplett überraschen lassen. Bin mal sehr gespannt drauf. Okay. Zwei Kicher machen. Mal sehen, ob wir die wieder so ungekombot bekommen. Eventuell, ja. Kennt ihr das, wenn ihr zocken wollt, aber lernen müsst? Geht, glaub ich, jedem so. Heute sind die Pons in Paarungslaune. Oder warum so viele Loppe-Quest? Ja, irgendwie schon. Alle bereit. Wunderbar. Es wird putzig, nur dass du gewarnt bist. Je putziger, desto besser. Was für ein Rätsel. Ich habe mich in der Ansteppe um einen, äh, meinen eigenen Kram gekümmert, als ich zwei Monster mit genau dem gleichen Gesicht sah. Das müssen irgendwie Kicherwacher, ach, Kicherwacher-Zwillinge. Ah, jetzt kommt es raus. Wir haben hier Kicherwacher-Zwillinge. Vielleicht machen sie ja Inzest. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das bei den Viechern ist. Ja. Aua. Okay. Ihr habt den anderen schon gefunden? Na gut, dann können wir ihn ja gleichzeitig irgendwie erledigen. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Ich müsste lernen, aber Drain-Stream wollte ich nicht verpassen. Äh, jo. Danke natürlich dafür. Aber ich will dich natürlich auch nicht vom Lernen abhalten. Ähm. Drain, was wurde dir besser gefallen, wenn das Monster Hunter nach Generations auf PS4 oder Wii U rauskommt? Ähm. Na, das nächste Monster Hunter nach Generations würde, wenn, dann wahrscheinlich erst auf der NX rauskommen. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es die Heimkonsole ist. Aber ich... Nee, nee, nicht PS4. Äh, ich sag Nintendo, weil mir geht PS4 ein bisschen auf die Nerven mit PlayStation Plus. Das finde ich ein bisschen arg ätzend, sag ich mal. Und deswegen... Es ist nämlich 22 Uhr. Ähm. Und deswegen fände ich's auf der Wii U schöner, weil da könnte man's einfach... Ach, lass mich da jetzt mal hoch, du Drecks... Echt jetzt? Echt jetzt? Drecksaffe. Elender, Drecksaffe da. Stirb, stirb einen elenden Tod. Egal, was für Zeug du mit deinem komischen Zwillingsbruder treibst. Ja. Bei Sony kommen allgemein keine MH-Titel mehr. Äh. Da sie sich die Freundschaft mit Capcom mit Monster Hunter Portable 3rd verspielt haben. Lange Geschichte. Oh. Gibt's da echt eine interessante Geschichte dazu? Müssen wir mal durchlesen. Kecherwacher-Kill-Kombo. Ja, irgendwie. Also ich soll... Man soll's ja nicht meinen, aber... Das war ein bisschen merkwürdig. Oh Gott, Dragon. Ich hab nachgeguckt, wie heute weg wäre. Sechs Stunden mit dem Zug. Es tut mir leid, aber nein, danke. Natürlich, das ist ja ja auch Blödsinn. Hahaha. Sechs Stunden mit dem Zug. So einfach. Toll. Natürlich nicht. Das ist ja auch gar kein Thema. Hahaha. Es wird auch noch genügend andere Events geben, wo ich dann auch mal vielleicht näher in deiner Nähe sein werde. Keine Sorge. War einfach bloß nochmal, um die ganzen... Ähm... Um das den ganzen Leuten zu sagen. War jetzt an niemanden direkt gerichtet, ne? Hahaha. Da wären wir uns auch so fünf bis sechs Stunden. Ja, wie gesagt, da natürlich keine genötigt fühlen dazu. Dazu kommen, dass es ein ganz normaler Monster hat der Stammtisch. Äh, Stammtisch. Das heißt... Äh... Ja, davon gibt's auf jeden Fall noch genügend und... Vielleicht, wenn es mal ganz gut läuft und viele Leute dazu kommen wollen, dann kann ich auch mal woanders hingehen, weil die gibt's in ganz Deutschland. Das heißt, wenn ich dann mal vielleicht fünf, sechs Stunden fahre, dafür ist es dann vielleicht besser, als wenn ihr das tun müsst. Schauen wir mal. Das ist aber alles wirklich für die Zukunft. Da muss noch ein bisschen was passieren, bevor ich nach München oder Hamburg oder sowas fahre. Weil das ist von mir aus ein bisschen weit weg. Einmal hin, heiß sagen und wieder wegfahren. Ja. Vor allem das Problem ist halt, es ist Sonntag. Zumindest bei mir ist es ein bisschen problematisch, weil, ja. Bei den meisten wahrscheinlich, weil Montag natürlich arbeiten. Aber gut. Deswegen, ganz klar. Ich wollte kommen, aber ich wohne in Österreich. Ja, ähnliches Problem. Falls mir Platz frei wird, kann ich dann vielleicht joinen. Äh, 20 nach, ähm, 20 nach neun gibt's wieder die Möglichkeit zu joinen. Und, ja, da muss da einfach schnell genug sein mit dem Passwort eingeben und dann passt das. Nürnberg, ich hätt' nur eine Stunde. Ja, gut. Dann würde das gehen. Äh. Nürnberg, mal so ne Frage. Wusstest du, dass ein Marginus noch rauskommt? Ist ja Regios. Ich hab da was für dich. Time out. Du wusstest nämlich auf jeden Fall schon. Äh. Und ja, ich hab dich 10 Minuten getimoutet. Dragon, ich hätte ja Ferien. Äh, so ist es ja nicht. Und bitte, äh, und komm bitte nach Köln. Äh, im Sommer komm ich auf jeden Fall nach Köln. Gamescom. Wenn du da Zeit hast, kannst du gerne vorbeischauen. Das ist auf jeden Fall schon sicher, dass ich mindestens einen Tag auf der Gamescom bin. Ähm, was war da jetzt mit Cannapt? Ich weiß es gar nicht. Also mein Internet macht's mir heute auch nicht leicht. Hauptsache die Disconnects. Ich disconnecte erstmal. Super. Die armen Affen waren doch Zwillinge. Naja, sind gestorben als Zwillinge. Ist doch auch gut. Vor allem mit einem Gebiet. Direkt hintereinander. Mann, jetzt war er schneller als ich. Tja, deswegen bin ich Streamer und du bist Mod. Kann man jemanden noch länger daran behaupten? Da haben wir das letzte Mal schon drüber gestritten. Kürzer auf jeden Fall, länger eventuell. Hat da aber noch niemand ausprobiert. Und das ist auch gut so. Weil länger als 10 Minuten ist ein bisschen krass. Ja, ich bin auf jeden Fall auf der Gamescom. Ein Hoffnungsschimmer. Ja, wäre doch schön. Okay, selber Grunde. Wunderbar.